So, herzlich willkommen bei NBOSS TV. Erstmal ein wunderschönes neues Jahr 2017 für euch. Das NBOSS TV Team dankt euch nochmal für die wahnsinnig gute und tolle Unterstützung 2016, egal ob in Streams oder indem ihr unsere Videos liked. Das ist wirklich so wichtig für uns. Jeder Like, jeder Daumen, jeder Kommentar auf YouTube. Natürlich jeder Klick vor allen Dingen. Also wirklich danke, danke, danke dafür. Ich weiß, es kostet euch nichts, aber es kostet euch Zeit und uns bringt es was. Und wir machen das ja für euch. Von daher, danke. Mehr kann man nicht sagen. Und vor allen Dingen auch Danke an die Leute, die mich im Stream unterstützen. Hammer. Kann man wirklich nur Danke sagen. Die Unterstützung war da wirklich Wahnsinn und das hätte ich nicht gedacht. Und es freut mich sehr. Es können jetzt noch mehr werden. Das ist natürlich immer das Ziel. Und wir wollten aber nicht nur Hallo und herzlich Willkommen im Jahr 2017 sagen, sondern auch vielen, vielen Dank für 1000 Abonnenten. Das heißt, es ist gleichzeitig auch noch ein kleines 1000 Abonnenten Special auf YouTube. Wir haben es endlich geschafft, die 1000 Abonnenten. Da haben wir jetzt ja lang dran gekratzt. Aber es kam jetzt nochmal relativ schnell ein Schwung dazu. Auch durch die Top 10 Videos, die euch immer gefallen. Durch die Trailer-Zusammenfassung. Da kamen dann wirklich nochmal ein paar Abos rein. Also ja, sowas wird es auch mehr geben. Und genau um dieses Thema geht es jetzt. Was erwartet euch 2017? Wir wollen natürlich weitermachen. Wir wollen euch weiterhin begeistern. Wir hoffen, dass wir noch mehr Leute gewinnen können, die wirklich uns so supporten, wie zum Beispiel meine ganzen Mods, die jetzt nicht direkt mit EndbossTV zu tun haben, wie der gute Drake oder der gute Korro. Ihr wisst Bescheid. Natürlich auch die, die einfach mit mir persönlich, also Freunde von mir oder Leute wie jetzt Lixmo, die ja direkt verbandelt sind mit EndbossTV, die zum Team dazugehören. Genauso wie der gute Camel, den die wenigsten kennen, weil er noch nie vor der Kamera war, noch nie Videos gemacht hat, wie auch Lixmo. Aber Lixmo ist einfach im Hintergrund zugange, macht da ziemlich viel. Camel hat schon viele Thumbnails und die ganzen Logos auf Twitch, die ihr da seht und sowas. Also da ist mein kleiner persönlicher Artist, der das alles einfach so macht. Also vielen, vielen Dank dafür. Der macht das einfach so, weil er ein guter Mensch ist. Kann man nicht anders sagen. Ist jetzt böses Geschleime. Ich weiß, so bin ich normalerweise nicht, aber muss auch mal sein. Danke dafür. Danke an den guten Big Burn. Den kennt ihr ja auch alle. Den kennt ihr natürlich auch vor der Kamera. Nicht mit Gesicht, aber zumindest seine tiefe Stimme. Die kennt jeder, als hätte er schon aus den Babyflächen heraus Alkohol getrunken und zwar Whisky und flüssige Zigarren oder sowas. Ihr wisst, was ich meine. Danke an ihn für seine Tipps und Tricks Videos, die ja auch immer ohne Ende von euch mit Daumen nach oben beschert werden, die auch gut gehen, was Klicks angeht. Und ja, vielen Dank dafür. Das wollten wir auf jeden Fall nochmal sagen. Ich denke, wir haben uns auch massiv gesteigert, was einfach Videoqualität angeht, Soundqualität. Also wenn ich da alte Videos anschaue, ja, war nicht so gut. Sagen wir es mal so auch, was die Gamescom angeht. Also da sind wir bei einem Thema, Gamescom dieses Jahr wird es auf jeden Fall auch wieder Videos geben. Was wird es weiterhin geben? Es wird weiterhin Videos von Big Burn geben. Geht in Richtung Tipps und Tricks. Der hat sich jetzt in Ark verliebt, so viel kann ich schon mal sagen. Da wird es einiges geben, aber mit Sicherheit auch andere Sachen. Dieses Jahr soll ja auch Destiny 2 rauskommen. Ich habe ja auch mit 1000 Stunden schon einiges bei Destiny hinter mir, aber da komme ich so lange nicht an ihn ran. Also der ist ja der absolute Profi, das wisst ihr auch von seinen Tipps und Tricks Videos. Der gute Gameflow, der wird mit Sicherheit auch mit dem einen oder anderen Tipps und Tricks oder halt auch Let's Play Video um die Ecke kommen. Den kennt ihr ja auch. Ja, vielleicht auch ein bisschen was wieder von Jan, wenn er mal wieder auf der Tokyo Game Show oder auf der E3 oder so unterwegs ist. Da wird es natürlich was geben. Von mir wieder alle möglichen Videos von der Gamescom. Natürlich Unboxings. Deswegen stehen hier auch diese paar Figuren, die ich alle dieses Jahr ausgepackt habe und noch viele, viele mehr. Wenn ihr sie geschaut habt, ihr wisst Bescheid. Unboxings wird es natürlich weiterhin geben. Es wird weiterhin Streams geben. Wirklich, das macht mir sehr viel Spaß mit euch. Es ist immer sehr knapp zeitlich. Ihr wisst, ich bin arbeitsmäßig da ziemlich eingespannt, aber ich versuche weiterhin Minimum zweimal die Woche zu streamen. Wenn ich dann mal eine gute Woche habe, Urlaub oder so, dann auch öfter. Restreams von der E3 und so weiter mit unseren Kommentaren wird es wieder geben. Das war ja auch im letzten Jahr sehr erfolgreich und so weiter und so fort. Was wird es noch geben? Ich will mich mehr darauf konzentrieren, dass ich auch Videos mache, die euch wirklich ansprechen. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, die Top 10 Videos waren viel, viel kleiner, wenn ihr die von letztem Jahr kennt. Von der Länge her. Ich habe ganz kurz erklärt, um was es bei dem Spiel geht. Ich habe nicht viel drum herum geredet. Ich weiß, es fällt mir schwer, nicht irgendwie drum herum zu reden. Aber komischerweise gibt es viele, die meine Streams anschauen, die das genau deswegen schauen. Aber ja, mich wundert es auch nicht, wenn es jemand nervt. Und viel reden ist mir irgendwie in die Wiege gelegt. Auf jeden Fall. Ja, es wird weiterhin sich viel um die Playstation 4 drehen. Deswegen auch der Controller, ganz klar. In Streams werden mir hauptsächlich PS4-Spiele zocken. Teilweise auch andere Sachen. Mal gucken, was da noch so dieses Jahr kommt. Da lassen wir uns mal überraschen. Da will ich mich noch nicht festlegen. Was ich auf jeden Fall weiterhin machen will, natürlich Event-Videos, Specials und sowas. Sobald da irgendwas kommt, wie dieses Jahr jetzt oder im letzten Jahr 2016, das Event von Norman Sky, das ja wirklich in Erinnerung geblieben ist. Oder natürlich auch die Games kommen. Da wird natürlich wieder einiges kommen. Hoffe ich mal. Man weiß ja nie. Aber das ist der Plan. Ansonsten, wie gesagt, Unboxings. Ich will auf jeden Fall wieder News-Videos machen. Aber die sind unfassbar aufwendig und werden bei weitem nicht so gut geklickt, wie zum Beispiel eine Trailer-Zusammenfassung. Oder wenn ich einfach kurze, blöde Videos hochstelle von irgendwelchen lustigen Gameplay-Szenen, wie zum Beispiel von Dishonor dieses Jahr von Witcher. Die wurden alle besser geklickt als ein News-Video, wo ich minimum mal 6, 7, 8 Stunden dran sitze und schneide, was sehr, sehr, sehr aufwendig ist. Ich will die kürzer machen. Ihr guckt eh kurze Videos lieber. Ihr wollt es prägnanter, dann kriegt ihr es prägnanter. Im Stream können wir uns stundenlang darüber im Detail über Sachen austauschen. Die Videos will ich kürzer halten, weil natürlich ich merke, es wird besser geklickt. Es gibt mir Daumen hoch, dann bekommt ihr das. Ganz einfach. Wenn ich jetzt merken würde, okay, der Aufwand, der lohnt sich, weil halt voll viele Leute sagen, okay, Daumen hoch und es wird irgendwie 10.000 Mal geklickt anstatt 600 Mal, dann okay. Aber so, da ist der Aufwand, das ist es dann doch nicht ganz wert. Da kann ich euch dann lieber anderen Content noch bieten, versteht ihr? Weil halt einfach die Zeit dann auch begrenzt ist, ganz klar, wie bei jedem. Von daher, die News-Videos, da werden wahrscheinlich wieder kommen. Wahrscheinlich nicht regelmäßig im Sinne von jeden Samstag. Einfach zwischendurch, wenn interessante News kommen und dann einfach kürzer, prägnanter. Vielleicht dann nur 1, 2 News und keine News-Show. Es war ja immer mehr eine News-Show mit allem, was irgendwie dann in der Woche oder in den zwei Wochen passiert ist. Und das ist einfach wirklich sehr, sehr aufwendig. Und dafür kamen einfach nicht genug Klicks rum. Muss man einfach so sagen, darum geht es natürlich auch bei YouTube. Ganz klar, wer das macht auf YouTube. Ich sag mal, die wenigsten machen YouTube-Videos und sagen, ja, das machen sie nur für sich. Und lügen dabei nicht. Das kommt ja auch noch dazu. Wird ja auch viel Bullshit erzählt. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ich mach das, um auch viele Leute zu erreichen. Sonst würde ich das nicht machen. Es ist nach wie vor ein Hobby. Es ist nach wie vor ein Trau-Pfleg-Geschäft. Ich bezahle wesentlich mehr im Jahr für Equipment, für Übernachtung bei der Gamescom, die Karten und alles Mögliche. Alles, was damit zu tun hat, aber auch Equipment, was ich nur dafür brauche, weil ich mir sonst nie holen würde. Wie diese Kamera oder diese Lichter, die ihr jetzt gerade nicht seht und so weiter und so fort. Und es ist ein Trau-Pfleg-Geschäft. Also nicht, dass ihr denkt, mir geht es hier nur um die Kohle. Ich würde es nicht machen, wenn es um die Kohle ging. Da hätte ich einen anderen Nebenjob und hätte wahrscheinlich noch mehr Zeit. Nein, aber es wäre natürlich schön, wenn man da noch mehr machen könnte. Natürlich ist es ein Traum von jedem YouTuber, da irgendwann so halb von leben zu können. Ja, ich würde meinen Job nie ganz aufgeben. Ich liebe meinen Job, ihr wisst, ich arbeite in der Spielebranche. Aber so halbtags und dann halbtags ausmachen, klar, wäre ein Traum. Aber da sind wir weit, weit von weg, nur um euch zu erklären, warum natürlich Klicks auch wichtig sind. Ganz klar. Wer da was anderes sagt, ich sage mal 95% die lügen. Und der Rest, der ist halt wirklich speziell. Aber ja, man macht ja YouTube-Videos, um Leuten was zu zeigen. Ich mache das, um euch was zu zeigen. Ganz klar. So, mit was geht es noch weiter? Es wird N-Boss TV im Feed wieder geben. Auf jeden Fall. Das will ich regelmäßig, mit regelmäßig meine ich jede Woche und vielleicht noch nicht jeden Monat, aber vielleicht eins im Quartal oder so. Einfach, wenn irgendwas ist, wo ich sage, das muss es, das ist ein Spiel, das muss erwähnt werden. Weil es einfach ein Spiel ist, was in den letzten zehn Jahren so eins der herausragendsten war. Oder was so ein bisschen untergegangen ist und das zu Unrecht. Das sind so Spiele, sowas will ich da mal zeigen. Es kann auch mal ein Blockbuster sein, der dann irgendwie plötzlich im Playstation Plus Angebot ist. Wie gesagt, dann wird der mal vorgestellt. Aber mehr halt so Sachen, die vielleicht untergehen können. Oder die, so ein bisschen Nischentitel oder schon so in diese Richtung. Testvideos wird es auch in dem Sinn nicht mehr geben. Ich habe einen Vorteil, durch Testvideos kann man natürlich Referenzen an Publisher schicken und kann sagen, hier, ich mache Testvideos in wirklich von der Qualität her einfach sehr, ja, redaktionell, sage ich mal, sehr journalistisch. Dann kriegt man natürlich eher mal ein kostenloses Muster geschickt. Bringt einem natürlich auch was, weil Spiele sind teuer und wenn man halt nicht jedes Spiel, was neu herauskommt, kaufen muss, schwierig. Aber, deswegen mache ich das nicht mehr. Also nur aus dem Grund, weil es bringt einfach sehr, sehr wenig Klicks und es ist auch sehr, sehr aufwendig. Man muss, also ich will das Spiel durchspielen. Es gibt natürlich auch Leute, die spielen es eine halbe Stunde an und erzählen darüber, nennen es Testvideo. Ist für mich ein Testvideo. Ein Testvideo ist für mich, ich habe das Spiel durchgespielt. Ich kann die Story, das Gameplan, alles in Gänze überblicken und so sahen meine Testvideos aus. Ich habe die Spiele dann auch durchgespielt, wie zum Beispiel mein Testvideo von Life is Strange. Hätte ich nie gemacht, wenn ich das Spiel nicht durchgespielt hätte. Ich habe nur Szenen aus dem ersten, aus der ersten Episode gezeigt. Bewusst, um nicht zu spoilern, aber ich habe das Wissen von dem ganzen Spiel gehabt. Das ist eines meiner Lieblingsgames und so würde ich das machen. So, und da jetzt Final Fantasy zum Beispiel, was ich da, da müsste ich 60 Stunden capturen, weil ich weiß ja nie, wo was ist, was ich im Video benutzen muss. Unfassbar. Da wird meine Festplatte jedes Mal sprengen. Und der ganze Aufwand ist dann mega. Man muss ja das alles sichten, irgendwie sich Notizen machen, hier in Stunde 25, 07, 03 oder so. Bis auf die Sekunde jetzt gesprochen. Um halt zu wissen, okay, da ist jetzt irgendwas gewesen, wo ich halt hier spezielle Attacken oder Waffen oder was auch immer zeigen kann. Extrem aufwendig, wird nicht gut geklickt. Also, weg damit. Ja, wie gesagt, Unboxings bleiben, News-Videos kommen in anderer Form, prägnanter, kürzer. So Specials wie auch diese Top 10 wird mit Sicherheit mal kommen, weil das ist was, was euch interessiert. Vielleicht mache ich auch aus der Reihe nicht mal nur Top 10 des Jahres, sondern auch mal so eine Top 5, die besten Soundtracks oder was auch immer. Unboxings weiterhin. Mehr vielleicht so Sondersachen. Das heißt zum Beispiel sowas, wo ich einfach drüber reden werde, was interessiert mich gerade. Ich gucke einfach mal, wie das ankommt. Manche interessiert es vielleicht nicht, manche interessiert es. Der Aufwand ist geringer. Wir können uns aber auch über bestimmte Themen unterhalten. Das ist was, was mich interessiert. Thema Remaster wird so verteufelt von vielen. Meine Meinung dazu ist da sehr, sehr wahrscheinlich nicht gerade Mainstream. Aber die haue ich dann auch gerne einfach mal richtig hart raus und bin dann mal gespannt, ob sich dann Leute zivilisiert in den Kommentaren darüber auslassen können. Und ich bin dann auch immer an eurer Meinung gespannt. Ich lese alle Kommentare, egal wo, aber auf Facebook, Instagram, Snapchat, natürlich im PS4 Magazinforum, auf YouTube natürlich vor allen Dingen. Ich lese überall Kommentare und ihr wisst, ich antworte eigentlich jedem, außer ihr schreibt einfach nur ein geiles Video oder so. Dann mache ich vielleicht so ein Smiley oder irgendwas, aber oder antworte gar nicht, weil ja, ist eigentlich keine Antwort von nöten. Ich bin dann dankbar und mache vielleicht dann ein Like auf den Kommentar oder so, fertig. Aber Fragen oder so, ihr kriegt die alle beantwortet und auch mal länger, wenn es sein muss. Und nicht nur mit einem Hey, yeah oder so. Nee, ich mache mir da Gedanken drüber und das ist mir wichtig. Das werde ich auch, solange ich kann, weitermachen und so beibehalten. Also so, da werden vielleicht Videos in die Richtung kommen, wo wir über bestimmte Themen einfach reden werden. Weil ich auch beim Stream merke, euch interessiert meine Meinung. Ich weiß nicht warum, aber ist so. Und von daher, ich meine, ich mache ja auch YouTube-Videos, um irgendwas nach außen zu geben. Von daher, ja, darüber wird dann in Zukunft auch mehr kommen. Was noch? Trailer-Zusammenfassung. Also diese Trailer-Zusammenstände, die ich mache, die kommen mega an. Ich kriege zu 99% Daumen nach oben. Kriege gesagt, ey, geiles Video, super. Mir macht es einen Haufen Spaß. Das heißt, Musik rauszusuchen, verschiedene Trailer zu teilen. Jetzt von 2016 könnte ich dieses Jahr wieder über die E3 machen oder jetzt generell könnte ich das zum Beispiel machen über Spiele, die jetzt in den nächsten Jahren rauskommen oder was auch immer. Ich kann mir immer wieder schauen, es kommen so viele Trailer raus oder mal nur mit japanischen Titeln oder was auch immer. Trailer-Zusammenfassungen werden alle paar Monate immer mal wieder auf jeden Fall kommen. Nicht so häufig. Bis jetzt, also jetzt in dem Jahr gab es zwei Stück. So ungefähr könnte ich mir das dieses Jahr auch wieder vorstellen. Aber das kommt gut an. Das wird gut geklickt. Ihr mögt es. Ich sehe es in den Kommentaren. Und dann freut mich das. Auf jeden Fall. Ja, das ist auch schon so das Wichtigste, was ich euch, wie gesagt, versprechen kann. Was auf jeden Fall kommen wird. Also Tipps und Tricks, wie gesagt, auch noch, aber nicht von mir. Und ja, ansonsten muss man einfach mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber das ist so ein fester Plan, den ich habe, den ich weiter verfolgen will. Und es wird auch weiterhin natürlich Angezockt-Videos kommen. Die nenne ich dann aber auch Angezockt-Videos. Jemand anders wird es Test-Videos nennen. Wir hatten das vorhin das Thema. Das heißt wirklich, da geht es dann drum, ich habe ein Spiel einfach mal eine Stunde angezockt und gebe so meine erste Meinung dazu. Da werde ich auch niemanden spoilern. Das ist wirklich mehr, um relativ schnell, nachdem so ein Spiel rauskam, zu sagen, Daumen hoch, Daumen runter vom Ersteindruck, dass ihr das dann euch auch entscheiden könnt. Weil gerade am Anfang überlegt mir, soll ich mir das jetzt zum Start kaufen oder nicht? Und bis ich das komplett durch habe und dann euch einen richtigen Test geliefert habe und wenn ich euch den Test sage, von vorne bis hinten, wo man da dann ja auch ein bisschen ankratzen muss, ob ich jetzt die Story in Gänze und so mir gefällt. Um das richtig zu erklären, muss man fast schon immer ein bisschen spoilern. Das ist schwierig. Es gibt Leute, die sind von jeder Kleinigkeit gespoilert. Das heißt, so Angezockt-Videos, paar Stunden zocken, Gameplay-Material dazu zeigen, dazu was sagen. Gerade auch was Betas angeht und sowas. Das werden wir weiter machen. Betas, Alphas werden wir da irgendwie wie zu, zu, na, wie heißt das Spiel nochmal? Ich blende es jetzt unten ein, weil ich es gerade vergessen habe. Ihr wisst hier mit, hier Snowboard und so weiter. Ja, von Ubisoft auf jeden Fall. Ihr wisst, was ich meine. Da haben wir ja auch gespielt. Oder For Honor zum Beispiel, die, ich weiß nicht, ob es Alpha oder eine Beta war. Ich glaube eine Alpha noch, die haben ja auch gespielt. Und so weiter und so fort. Also da wird es weiterhin Sachen geben. Und ja, ansonsten werde ich vielleicht auch immer mal so Informationsvideos wie das hier jetzt machen. Natürlich nicht so lange. Das wird jetzt schon ein bisschen länger. Ich bin mir auch sicher, es wird nicht jeder schauen. Aber gerade für die, die uns länger zuschauen, länger abonnieren, wollte ich das jetzt auch mal ein bisschen länger machen, ein bisschen länger darüber reden, was so kommen wird. Und ich hoffe, es gefällt euch. Bleibt uns auf jeden Fall gewogen. Gebt uns Feedback dazu. Auch dazu, was ihr jetzt meint. Ich werde es jetzt erstmal so durchziehen, auch wenn jetzt jeder was anderes sagt. Weil ich habe es einfach gemerkt von den Daumen und so. Und ja, mal schauen, wie halt, wie gesagt, diese Meinungsvideos ankommen, die dann, die ich raushauen werde. Mal gucken, wie ich das Ganze auch noch nennen werde. Ja, bei den Streams wird sich mit Sicherheit noch einiges verändern. Da habe ich so ein paar Sachen geplant. Weiterhin natürlich ganz normal. Ich zocke irgendwas. Ihr guckt zu, wir reden drüber. Klar. Aber es wird auch, das Quiz wird es auch weiterhin geben. Nicht so oft, weil sehr viel Aufwand. Da muss ich die Zeit für haben. Aber auch noch andere Streams, die natürlich mit Games zu tun haben. Aber wo ich nicht vielleicht direkt zocke, sondern wir über bestimmte Themen vielleicht auch reden. Zum Beispiel News-Streams. Das heißt, wo wir dann über die News der Woche oder so einfach im Stream mal reden. Auch einen Plan. Das grob dazu. Vielleicht werde ich wirklich so ein paar Vlogs jetzt in Zukunft auch mal machen, um einfach so zu informieren, was ist passiert, was hat funktioniert, warum machen mir manche Sachen jetzt vielleicht plötzlich anders. Einfach um euch zu informieren für die Leute, die es interessiert, die wirklich alles wissen wollen. Und mir geht es ja auch so, ich habe YouTuber oder Streamer, die sehe ich gerne und da will ich dann alles wissen, will ich auf dem Laufen und bleiben. Und da bin ich froh über solche Sachen und warum soll ich das dann nicht selber machen? Ich meine, wie gesagt. Ja, Roomtour haben schon viele angefragt, weil ich ja doch wirklich viel zu zeigen habe. Und ja, wird mit Sicherheit kommen. Ich bin einfach mit meinem Zuhause, ich bin ja erst umgezogen vom halben Jahr, noch nicht so hundertprozentig zufrieden. Aber gut, vielleicht kann man da auch mal ein Update machen, da ich euch jetzt schon mal die Wohnung zeige und dann vielleicht irgendwann nochmal. Und ja, natürlich bezogen auf Games. Das heißt, was habe ich hier an Technik, was habe ich hier an Nerdzeug und das ist schon einiges. Das, da kann man wirklich schon, also ich hoffe, das kriege ich unter 20 Minuten hin. Wird interessant. Aber ja, sehen wir dann. Auf jeden Fall, meine Lieben. Das sollte es auch gewesen sein, ging schon lang genug. Vielen, vielen Dank nochmal an alle, die uns so unterstützen. Danke für diese 1000 Abos, ey. Das ist geil, wirklich. Das ist geil. Ja, die, die schon länger dabei sind, wissen, PS4 Magazin hatte über 8000 Abos, aber es war nicht mein Kanal. Und er hieß halt PS4 Magazin. Das ist dann schon einfacher, da kommen halt schnelle Abos dazu, auch wenn der komplett von mir auch betrieben war und von ein paar anderen, aber hauptsächlich durch mich ja fast von Anfang an. Schon bevor die PS4 rauskam, anfangs auch noch wirklich häufig mit Newsvideos und so weiter, da hatte ich noch mehr Zeit wegen Studium und so. Aber die Klicks waren nicht mehr oder so jetzt pro Video und daran sieht man schon, das funktioniert gut und auch die Daumen sind mehr geworden als vorher. Das heißt, da kam halt wirklich viel durch die Einbettung von PS4 Magazin und das wird jetzt mehr von Seiten YouTube. Und das sind aber wirklich, das ist mein Kanal, wir arbeiten mit PS4 Magazin zusammen, das ist eine Kooperation, aber es ist mein Kanal, den ich eben zusammen mit ein paar Leuten, die ich genannt habe, mache. Und das ist für mich wirklich ganz, ganz toll, diese 1000 Abonnenten zusammen zu bekommen. Und wie gesagt, hier nochmal großen Dank an Camel, an Lixmo, an Bigburn, an Flo und an Jan. Vielen, vielen Dank dafür, sehr, sehr großartig. Ihr habt alle daran mitgewirkt, das bin nicht nur ich, auch wenn man im Stream nur mein Gesicht zieht und auch ansonsten meistens nur mein Gesicht, aber trotzdem, denen gebührt genau der gleiche Dank. Ohne die hätte ich vieles, vieles so nicht machen können. Also von daher vielen, vielen Dank nochmal und nochmal Danke an euch, ich kann es nicht oft genug sagen. Und jetzt würde ich sagen, Road to 10.000, mach mal nicht gleich 2000, sondern 10.000, das ist das Ziel für Ende des Jahres, man muss ja hohe Ziele stecken. Wenn nicht, bin ich nicht enttäuscht, aber trotzdem, ich hoffe, wir schaffen das, ich hoffe, der Stream wird größer, da kommen noch mehr Leute dazu, da geht noch einiges. Und ja, dann hoffe ich, können wir das alles so weitermachen und euch noch mehr von dem ganzen Content bieten. Und ansonsten, wie zum Schluss immer, ihr wisst Bescheid, immer schön weiterzucken. Ein wunderbares, schönes Zockerjahr 2017 auf Geile Games, macht es gut, ciao. , super, schönes Zockerjahr 2017 auf Geile Games.